hallo leute und herzen willkommen zurück bei mitteleer des schatten des krieges so sieht also das aus was haben wir hier schließen die kampfgruppe ab champion in minas morgul das hier und verwüstliche loyalität du kannst hauptmänner oder höherrangige orks gefolgsleute wieder auferstehen lassen ja hier haben wir unsterbliche bestie und hier todes troll wir haben zwei punkte wir sind doch bald 49 was können wir was das ringgeist jede töte bringt jetzt sohn wenn du dein zorn voll gedrückt hat und das hier talion 53 wieder gehirn erhalten flut aber flammende waffen vergiftete waffen schatten sprinten ist das also das ok gut beherrschen gefolgsleute vernächten ja die wir haben ja schon fast alles heißt sturm erfrierung wir packen die punkte hier und hier das ist ja ringgeist jede tötung bringt die er bringt ihr zorn wenn dein zorn voll ist der drücke fünf um geisterhafte gondorana herbeizurufen und deine wenn die aktion abgeschlossen ist erwächst du orks in der nähe von den toten das ist gut und jetzt haben sie auch noch giftwaffen und hier behalten wir das ist das niederschmetter der stoß ja inventar wir haben ja verschiedene sachen aber nicht das was wir wollen wir wissen dass etwas belagert wird wir sind hier krube ja andererseits champion von mina morgul könnten wir mal probieren aber in das morgul wir könnten das mal machen und ja hier wird wieder belagert das ist erst bei 57 prozent der rest das hier ist mir egal wir haben wirklich 89 prozent das ist eigentlich gut aber zuerst oder allein grube made haben wir hier noch nicht gut machen wir zuerst das hier dann haben wir auch da wieder paar punkte vorwärts und kampfgrube die mode der turm will ich den turm einsetzen die anderen kann ich ja nicht einsetzen das nehmen wir den verwüster ich bin stärker ich suche eine herausforderung kann mir jemand eine bieten nur dass der die ganze zeit genommen ist da willst du noch benommen sein ja schon wieder einer meiner roche legen ja super du sterbst wow kann ich das irgendwie abbrechen Nein. Ich muss mir den Scheiß die ganze Zeit ansehen. Warum? Warum? Die ganze Zeit benommen. Warum ist er benommen? Ja, tötet ihn. Man kann ja nicht kämpfen. Man kann nichts mit ihm machen. Also. Mach auch der Stamm. Fertensucher. Wo noch Zeitfähigkeitspunkte halten? Äh, Kampferrit. Glaube ich nicht. Ha? Ja. Wenn ich dich zerpflücke, wird so viel Blut fließen, dass selbst das Auge von Sauron blinzelt. Aha. So, drüber und von hinten. So, drüber und. Und wen wollen sie als Verstärkung holen? Unsere Leute? So, und jetzt. Zack. Du gehst mir. Ja, und jetzt hau ab. So. Du liest mich diese glorreiche Verderbnis kosten. Zwangs süßliches Gift. Meine Kehle hinab. Und nun, da ich es gekostet habe, speier ich diese Fäulnis wieder in die Welt hinaus. Auf dich. Auf alle. Okay, aber da war... So, hier. Zack. Du beißt die Luft und sie beißt zu. So, und nochmal. Okay. Du drängst dich durch. Zack. So. Alarm. Man hat Alarm ausgelöst, hier bei mir, zu Hause. So. Niemals. Ich will mich nie im Leben. So. Und. Vorerst vergesse, Charakter. Das mit dem Tod, Schlimmer als der Tod, ist ein bisschen zu viel. Gewaltgelü... Gelübber... Machen wir es so. 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 Äh, so. Ja, beschrieben. Stufen senken. Ich will nicht zu tief runter. Fünf sollten reichen. Dann finde ich es noch witzig, dass bei uns, in unserem eigenen Hort, wir die Jagten sind. Und ich weiß auch, ob der Witz ist. Kampfgrube, das ist ein Jäger. Foksmann auswählen. Den will ich übernehmen. Gut, ich glaube... Ich glaube, der sollte gut genug sein. Du bist nicht mehr lange am Leben. Das der Sperrmeister. Du... ...wagst es, den Turm herauszufordern? Wie ist das? Los. Herr Samu! Nein! Kommt jetzt! Ich verstehe es nicht. Warum ist der benommen? Gut. Oh! Gut, wenigstens das. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, warum der benommen war, aber okay. 43. Wirklichkeitspunkte erhalten und weiter geht's. Gut, da wir das geschafft haben... Moment. Äh, B hier. Wir haben da neun Punkte. Wir können ihn irgendwo verteilen. Da haben wir alles voll. Haben... Äh, was ist das zu schlagen? Wir behalten das hier. Vorerst. Dann... Was hier oben? Oder ist das hier? Die Kampfgrubekrieger. Äh... Einen vom wilden Stamm. Gut. Und wilder kann... Soll ich den einsetzen? Nein. Wir setzen den ein. Denn wenn der stirbt, ist es nicht so schlimm. Die sind meistens gut gegen die Wilden. Das sehen wir ja gleich. Gut. Du kämpfst du mit mir oder plapperst du mich zu Tode? Zeit zum Morgen. Ich schlage dich glieder. Ja, der steht in der Gegend rum. Super. Der Beste. Nein. Oh Gott. Okay. Interessant. Also der scheint seinen Handwerk zu verstehen. Blute. Blute für mich. Ja, ja, ja. Also da sieht es gut aus. So, gut. Und... Ah. Mein Sieg! So, und jetzt greift endlich an. Oh, das ist sie noch nicht getötet. Äh, das ist auch noch nicht. Aber das... Sehr gut. Nicht schlecht. Ist mir da... Irgendwas. Sehr gut. Und jetzt... Nicht das. Und da drüben ist ein... Champion. Oder? Nur mal so zu... Schauen. Champion. Das... Ein Wilder hilft nicht genug gegen so einen. Was... Was hilft gegen so einen Schildträger? Haben wir irgendwo... Was ist das? Der Schlachter. Der Garagos-Schlachter. Wir testen sie mal aus. So sehen wir auch, welcher Level der hat. Du willst ne Herausforderung? 53. Gut. Okay, der ist tot. Komm schon, du Feigling! Frist mir vom Leib! Okay. Nimm das! Also... Du bist überall! Also, heftiger Schrei hat der Typ drauf. Also, er wurde getötet. Leider. Aber... Aber... Eigentlich war er gut. Ja, ja. Wie das Morgul einzunehmen, ist das eine. Aber jetzt steht euch ganz Morgul entgegen. Also, bevor ich es vergesse kurz... Ich habe es nicht geändert, oder? Moment. Nein. Gut, ich dachte, ich hätte schlimmer als der Tod gewählt. Halt mir den Tag vom Leib! So. Entschuldigung! Entschuldigung! Und von hinten. Sachen. So. Und nochmal. moment stimmt ich muss es nehmen deshalb wäre ich sorry mein fehler jetzt übernehmen erzöhnt doch dötliche wunde ok ja scheiße ich wollte ihn übernehmen dann hat eben nicht dann halt eben nicht gut wir haben ja hier alles gemacht bis auf champion bus das made online krieger haben wir das ist auch neu das ist unwichtig online blutrache das neue typ moment so neues ziel gut und jetzt schauen wir wo müssen wir hin da drüben denn gut dann nehmen wir diesen hey dir hey dir so er ist also da drüben so und so und übernehmen so und übernehmen so so ja sehr gut explodiert ihr penner so so kommt so 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 你可以 so 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 Schauen wir uns das mal an. Mörder und Krieger. Haben wir das schon? So. Also, wir haben uns, ja, hierhin geportet. Nutze Gewandtheit der Elben oder Schatten springen. Ist es da vorne? Und, äh, wir haben noch zwei neue Punkte. Okay. Okay. Machen wir so. Hier rüber und das hier. Dann haben wir das hier. Darunter Raserei. Und was ist das? Ja, stellen mehr Gesundheit deines Graustuchs wieder her. Und hier einfach erzeugen mehr Macht. Machen wir das. Und dann, ja, wir kommen langsam immer wie weiter. beherrschen. Aha. Die gedrückt, verwende, Schleichbeherrschung. Drücke, um zu aktivieren. Beherrschen, kämpfen für dich. Ja. Aber das sollte eigentlich schon drin sein. Nicht nur hier Morgsdruck auf zu ihrem Leben zu entziehen. Das sollte zusammen sein. Und dann den Seelenzittern wäre geil und der Zordenseellenherrschung. Ja, okay. Das ist mir egal. Aber ich habe schon fast alles freigestaltet. Heute Morgen den Drachen aufgeschnitzt. Du glaubst nicht, was wir fanden. Frau Fässer, ein Schwerter. Frau Fässer? Aha. Gut. Ist mir egal. Wir wollen ja da rüber gehen und schauen mal, wollen die uns nochmal angreifen hier oder wie. So. Zack. Und jetzt Belagerung von Darghuzul. Muss das sein? Belagerung muss verbessern. Dafür brauchen wir den Champion. Rewerbe mir das hier. Gäftige Belagerung. Bessere feurige. Können wir so und hier Mausspitzen Feuerschützen Fernbogen schützen. Probieren wir mal die da. Begleit ersetzen. Was haben wir für also was haben wir für Zuhause weil Momente ersetzen wir ersetzen wir überhaupt. Weiß es gerade nicht. Die Ratte wird da der Haarige. Aber sollen wir wirklich kämpfen gegen die? Die Höhenratte. Gut. Das ist der Schwächste und kann ausgewechselt werden. Okay. Dann nehmen wir das da. Ob das schon ausreicht? Wir können es mal probieren. Ich kann leider nichts versprechen aber ja. Ja. So. Was? 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 So. Und töten. Scheiße der wurde auch schon getötet und so Kämpfe für uns. so und gut gehen wir darüber und übernehmen den da. so am Boden deine Stechen sehr gut sehr gut du gehörst jetzt mir und du kämpfst jetzt für mich ich muss jetzt dir den Rücken freihalten so da vorne ist der nächste der ist noch draußen okay gut so und so ja so und übernehmen du gehörst jetzt mir sehr gut ich diene dir jetzt und jetzt kämpfe weiter ich verteidige dich okay wo sind sie jetzt okay der eine type ist da hier so und von hinten und töten ja Platz drauf zu fallen ich hielt es für leicht hier rein zu marschieren und die Festung zu nehmen ich hatte recht so und jetzt noch mal ist der schwindel so und jetzt bam wir verlieren den platz auch nicht ja nach dem so und jetzt kämpfe weiter ja ja lasst zusammen arbeiten ich bin dabei so der Erster. Ja. Ja. Oh Gott. So. Gut. Du gehörst jetzt mir. Und du wirst so lange kämpfen. Ich werde deine Befehle ausführen. Wir haben sie klein. So. So. So und der nächste bitte. Wow. So. So Frau Chia. Du gehörst mir. Und natürlich bleibst du hier. Genau das. Das wird ein Spaß. So. Schuss. Okay. Oh. Mann, lass los. Lass los. Punkt verloren. Ja. Nicht nachlassen. Die Festung ist beinahe unser. Beine? Der Platz wird angegriffen. So, hier. Und dann. Genau. Sieht aus wie eine Festung. Ist aber eine Gruft. Deine Gruft, Waldläufer. Ja. Die Monkey in den Hinrichtungen. Gut. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Lass los, verdammt. So. So. Doch. Auf dieser Faust. Auf dieser Faust. Steht dein Name. Lass mich nicht mal bluten. Also erstens einmal. Das da muss weg. Zweitens. Das hier. Fühlst du dich sicher in dieser schönen Festung? Warte nur, bis wir deine Haut wie ein Banner von den Zinnen hängen lassen. Die Nerven. Ja. Der Haarige. Beweg dich. Die Nerven nur einen Moment. Sterb, Menschlein. Warte nur aus, du. Du. Die Festung wird wieder uns gehören. Tod dem Menschenpack. Lassen wir endlich unsere Waffen sprechen. Warte. 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 Der Erste. Der Zweite. Der Vertreter. Schlauze. Na klar interessieren mich, meine Leute. So. Punkt verloren. Diese Festung gehört bald uns, denke ich. Wie viele kommen noch? Wenn du mir nicht willst, verstand ich. Ich sterbe ich. Was habe ich getan? Ah, gut. So. So. Na, Schöße. Du verlierst. Vorsicht. Willst du mir nicht helfen? Doch, wer lebt? Ich bin gerade dabei. Du stehst raus. Hast dir Zeit gelassen? wir nehmen deine festung und hängen neue banner an die bauern gemacht aus menschen das ist gerade im besseren nerfweg aber gut doch ich bin ja gerade da genau so übernehmen und jetzt kämpfe weiter moment wo ist der drache ist das nein der drache der drache ja jetzt sind beide da drüben so da waren wie hoch ist das übernehmen du gehst du mir jetzt kämpfe weiter du kämpfst für mich mir geht's besser Zeit für etwas Spaß so hier du gehst jetzt zu mir ich folge dem hellen Herrscher jetzt hau ab meine Klinge ist dein gut gerade auf dem Wege darüber nein so hier chasse Und jetzt beschieben. Wo ist es hier? Verschiebt. Wo ist meine Ruhe? Wo ist meine Ruhe? Gut. Wir haben es geschafft. Es sah zuerst nicht so aus, aber... Aber wir haben es geschafft. Skak, der Unbezwingbare, wurde bezwungen. Gebiet verteidigt. Er wollte sagen, sehr gut, oder? Alle anderen haben überlebt. Ah, gut. Dann machen wir noch das hier. Dann haben wir noch... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Noch 13 Punkte. Um alles voll zu haben. Gut. Aufträge. Hier verfügbar. Das ist noch das einzige... Schnellreise. Schnellreise. Hier haben wir noch... Champion, 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 Krieger. Und... Minas Morgul. Das scheint das Schwächereid zu sein. Sonst haben wir 90%. Das ist Norn. Also... Norn. Also, wir gehen hier rüber. Hier und Schnellreise. Ja, bestätigen. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Die ist ein bisschen länger gegangen. Aber ja, die Verteidigung hat ein bisschen mehr gekostet als nur... Larifari und so. Aber gut. Ist doch immer wieder schön. Wenn man etwas erreicht. Gut. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.